Aktivität, gehen fliegen, dann werden wir wahrscheinlich, je nachdem wie es passt, ob die sagen, okay, könnt ihr hier machen, wenn wir da noch über Hobbys quatschen, was du so alles freizeitmäßig machst, Kino, dies, das, und dann fahren wir so oder so wieder hierher und dann kannst du das Trikot anziehen und dann gucken wir, ob wir es entweder hier zuhause machen oder ob wir, je nachdem es weiter ist, je nachdem wieviel Uhr, weil wir fahren halt eine Stunde dorthin und eine Stunde wieder zurück. Ist das einfach so, sieht das denn auch, Tumann, das ist doch so, Karmender Kreuz, irgendwo da unten Dortmund, da wo immer Stau ist. Ja, genau. Mit 16-Fachen-Gelb. Ja, dann mach ich das dann so. Ist das Licht besser fliegen als das Tagestand? Ja, extrem. Da ist das Licht von hinten und dann haben wir Gegenlicht. Ah, okay, alles klar. Können wir den Rechner ausmachen oder brauchst du noch was? Nee, nee. Wann bist du zurückgekommen gestern? So, von weiß ich, hier so 11 oder 10. Irgendwie so, ja. Wie lang fliegst du? Du mal? Sieben Stunden. Ja.